. . . . . . . . . Und Simone Auswald setzt den fünften Treffer. Simone Auswald auf dem Weg zu ihrem dritten Sieg dieser Woche. Das ist fantastisch. Hi, Jungs. Hi. Servus. Servus. Ja, Wahnsinn. Hey, da fehlt ja noch die Waffe. Habt ihr mal Lust aufs Biathlon? Ja, ich schon. Also vor allem aufs Laufen. Ja, beim Laufen weiß ich nicht, wie ich ein ganzes Mal schießen würde ich schon gerne. Hier ist die Startlinie. Ihr fahrt gemeinsam parallel runter, ohne Ausfallschritt. Da unten bei den Pylonen macht ihr die Wände. Und dann kommt ihr wieder im Doppelstock hier nach oben über die Ziellinie. Wer als erstes über die Ziellinie ist, hat gewonnen. Los, auf geht's. Hopp, 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 hopp. Jawohl, komm Matze. Jawohl, komm Matze. Hopp, 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 hopp. Jawohl, komm, jawohl, super. Hopp, 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 hopp. Cant Uponpatinarest. Hopp, 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 hopp. Kom, ja. Ja. Woh! Ja, kommıyorum! Ja. Ja. Erste Challenge geht an Niko. War aber knapp. Luftgewehr-Ski-Stand. Die Scheiben sind zwar näher dran, 10 m nur, im Vergleich zum Kleinkaliber, aber es ist nicht einfacher. Die Scheiben sind im Verhältnis genauso groß oder klein. Ihr schießt 5 liegend, 5 stehend. Wer am meisten Treffer hat, der hat die Challenge gewonnen. Nein, schon wieder vergessen. Der lädt nicht bei mir. Ja! Schön konzentrieren. Nein! Fuck! Ey, wieso kann ich den nicht ruhig halten? Nein! Alter! Oh, die hat gewackelt. Scheiße! Das war am Rand. Nein, das gibt es doch nicht. Warum treffe ich jetzt nicht mehr? Ey! Boah! Was hab ich überhaupt noch? Ich glaub einen Schuss. Yes! Oh, jetzt Matthias. Oh! Das war spannend wie beim Biathlon. Für jeden gibt es einen halben Punkt. Nico führt mit 1,5 Punkten. Matze kommt mit 0,5 hinterher. Und jetzt die letzte Challenge entscheidet dann, wer heute hier als Biathlon-König nach Hause fährt. Eine Runde laufen, liegen schießen, eine Runde laufen, stehen schießen und eine Runde ins Ziel. Wer Fehler schießt, kleine Strafrunde. Go! Oh, 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 oh! Jawoll! Jawoll, super! Super, Nico! Jawoll! Jawoll, super! Jawoll, lass mich laufen, Matze! Komm her! Oh, und? Oh, und einmal in die Runde, Nico. Der Letzte, wie dumm war das denn? Komm, konzentrieren, Marcel. Komm, und einmal in die Runde. So, schön. Das ist gut. Jawohl, okay. Aber ich nachlass. Scheiße, ich muss zwei mehr machen wie du. Meine Waffe geht nicht mehr. Okay, auf geht's in die Strahlen runter. Oh, hier, Nico, nimmt die Außenbahn. Oh. Jawohl, komm. Komm, 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 mach, komm. Hopp, 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 hopp. Komm, einfach nicht drauf, komm. Oh, Mann! Jawohl, komm, hast du gleich gefahren. Huh. Ja, ja, ja. Oh. Da bist du am Schluss. Ja, ja. Oh. Niko hat das Rennen für sich gemacht. 2,5 Punkte für dich, einen halben Punkt für dich. Also, somit geht die Challenge, Bialon Challenge an den Nico. Oh, yes. Wuh. Katze, geil. Aber ich hab mich halt dran gehalten. 0,5 ist ein Halb und wir machen ja die Halbstarten. Ja. Du hast dich wieder größer gemacht, als du bist. Ja. Yes. Diesmal habe ich die Platz gemacht, Jürgen. Freundchen, das nächste Mal zeige ich dir, wo du am 1. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann einfach hier klicken. So schlimm auch.